Willkommen zurück zu Mega Man 1. Cutt und Gutsman, die zwei Schwachköpfe in der Serie, haben wir bereits besiegt. Wir gehen weiter zu... Bomben? Bomben. Bomben sind mir sympathisch. Damit kann man die Leute wegcutten mit Cuttman, ja. Wenn meine Logik wieder logisch sein würde. Danke. Streus-schießler. Nice. Au. Energie. Mehr Energie ist mehr Energie ist mehr Energie. Hoch. Danke. Und weg. Oh nein. Kugel-release. Holla, die Weitflüge. Holla. Holla, Espanol. Wurde. Scheiße, wegfugel. Weg! Nein, hau! Hau! Rame ab! How do you do? How do nur zu? Oh nein. Das ist fantastisch. Ach Gott. Ja, es geht. Run! Run! Run nicht! Run nicht! Und ein Leben dazu. Dafür sind wir auch bald wieder tot. Ziemlich genau. Jetzt. Das musste ja jetzt kommen. Oh Gott. Oh Gott. Ich geht, ich geht. What the fuck is gonna hell? Okay, wir sind hier bei Obstipancho angekommen. Hab, hab, oh. Oh. Bevor ich mich jetzt nochmal trottlich anstelle. Sehr trottlich. Au. 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 Nicht auch. Halt! Das Leben ist wieder da. Naja. Egal. Danke. Kein Leben. Apropos Leben. Nein. Haben wir noch. Das sind zwei Versuche. Au. Das war so klar. Hm. Halt! Cut! Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich laufe in ihn rein. Na klar. Natürlich! Natürlich! Safe, safe, safe. Dann nutzt uns Cut recht wenig. Vielleicht können wir das hierzu nicht benutzen. Oder doch. Ach. Blacksmith. Ach. Blacksmith. Hm. P-Bust. Auf. Kaput. So. ывайтесьack. Hä! Scha. Schaff. Wir lassen. Nee. Für recht die Zeit nicht. Zeit ist Geld und Geld ist knapp. Alles klar, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin! Cha-cha!